Macho Man, der dümmste Held in deiner Welt! Jo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Punch Out vs. Super Macho Man. Jetzt kriecht er aufs Maul, wir wollen unseren... Unseren Husten zurück. Ne, wir wollen unseren Gürtel zurück. Und du legst dir endlich ein paar Zehne zu, Opa. Du kannst niemals 27 sein, wenn du so scheiße aussiehst. Du siehst echt scheiße aus, Junge. Round One. Wir hassen dich alle. Flex it. Du bist schlecht. Ups. Das war dumm. Aber das war noch dümmer. Wie ich mich hier von dem alten Sack verarschen lasse, ey. Och, Hängetüten. Einmal bitte neu. Neu. Neu, neu, neu. So doof, ey. Wie kann ich mir so doof anstellen? Flex it. Oh, keine Verzögerungs-Kacke. Neu. Ah. Och. Na was? Wieder so ein Ultra-Angriff. Wisst ihr? So ein Ultra-Angriff, der euch dreiviertel Energie abzieht. Na, einfach. Hängetüten. Oh, ich kriege aber sau viele Stern-Chancen bei dem. Bei dem gibt's viele. Das ist gut. Oh. Super. Nicht-Penis haben, Menschie. Super-Hängetüten. Männertüten. Aua. Okay. Der. Yay. Nein. Verdammt. Wie, ich... Oh, was? Ist das ein Instant-Kill oder was? Vorge... Unvorgewandter Instant-Kill, ist klar. Shit. Ich bin schlecht, sehr schlecht. Den muss ich noch lernen. Der wird doch nicht lange unten bleiben. Sag ich doch. Bis drei nur. Ah. Release the penis. WHAAAAATS? WIPE OUT. Du mich auch. Wipe out your mother. Shit. Nein. Release the beast. Oh. WIPE OUT. Was? Wie soll ich dem denn ausweichen? Oh. Pfff. Ist richtig. Wipe out. Angriff, der überall hingeht. Super Todesangriff. Der Unausweichweich. Alter. Jetzt helft dich, der Kerl. Nee, ich hab keine Zähne. Ey. Fick dich doch, Mann. Ist doch dumm. Wieso bin ich von so einer Scheiße getroffen? Ich weiß das doch. Das kommt doch mal, wie ich von der Arbeit komme, wisst ihr. Fahr zur Hölle. Das war mal mies, Junge. Das war jetzt mal schlecht. Du warst schlecht. Du bist schlecht. Du stinkst. Geh duschen und leg dir Zähne zu. Okay, aber das ist ja nicht lange. Leben bleibt mir klar. Shit. Oh. Oh. Scheiße. Na? Oh, der ist auch noch verzögert. Okay, aber er hat mich nur einmal. Das ist ja noch lächerlich. Der geht eigentlich. Der hat nicht so was Gemeines. No, hang it. Hey. Hey. Was zum... Noooon. Okay, ich muss mich nur an den gewöhnen. Ich muss mich nur an den gewöhnen. Wieso nehme ich eigentlich immer auf, weil ich nicht von der Arbeit komme? Scheiße. Release the penis. Ich habe ihn jetzt schon zweimal, aber er mich auch. Und das Müsse ist, ich gehe ja nach dem Titten mal immer down automatisch, ne? Da. Ja. Ich habe immer noch keine Zähne. Nee, Männer Titten sind nicht so schön. Sehr schnell, sehr schnell. Genau das Gegenteil von dir. Ich habe immer noch eine Fett-Facke. Ui, ich bin hässlich. Oh, ja. Was geht doch schon wieder los? Was? Da, das ist so unfair. Ich gehe nach dem dritten Mal instant down. Was ist mit dem? Das zieht da überhaupt nicht ein. Wisst ihr, das ist so unfair. Ohne Witz. Ich finde das so asozial. Wenn du es so machst, müsst ihr die... Na. Ihr müsst, wisst ihr, die ganzen Freaks hier... Fick dich, Mann! Ihr müsst sie immer zehnmal down kriegen, bis sie liegen bleiben, aber... Dö, Meg denkt sich, nö. Dreimal reicht mir. Und aufs Mal. Ich bin der größte Vollidiot auf dieser Welt. Das könnt ihr mir ruhig sagen. Ja, ist klar, Mann. Und Umschläge, wisst ihr? Nee. Dann kommst du in Final Fantasy 13 weit, aber doch nicht hier. Nein, du Hohenburg! Das, das klingst du zur... Mach Neustart, Mann! Das klingst du zurück, Alter. Das klingst du zurück. Das machst du nicht nochmal mit mir. Und jetzt fahr zur Hölle! Ja, tut weh, wa? Shit. Na. Ist richtig, die Hälfte meiner Energie ist weg. Die Hälfte! Leute, Leute! Guckt euch das an! Die Hälfte meiner Energie ist weg. An einem Rundumschlag. Shit. Oh. Release the penis. Okay. Okay. Nein. Nein. Diesen schnackhasse. Ich will hasse. Hänggetitten. Nein, scheiße. Oh, ich... Oh, ich... Oh, du hast genau einen. Ja, Mann! Was der so verzögert sein muss. Ich don't schlag jetzt schon in die richtige Richtung. Aber warum muss der so verzögert sein? Oh, verzögert! Ich hasse es, wenn die Schläge verzögert sind. Ich hasse das wie die Pest. Ach, Mann! Feel the burn! Huh... Pump it! Ah! Scheißklammung! Mech, du bist ein Vollpfosten-Oberloser. Ohne Witz. Wieso gehst du denn schon immer nach Drei-Mal-Down? Nach ner Pause! Stell die mal nicht so an, du Waschlappen. Bis zum nächsten Mal. See ade.